Wo ist eigentlich Linus? Keine Ahnung. Ich glaub, der steckengeblieben im Bus. Ja, ich glaub, so ist das. Und jetzt fährt er mit dem Bus einfach weiter. Ja, der ist jetzt wieder weg. Hm, kritisch. Ja, was ist du eigentlich jetzt? Keine Ahnung. Stabil. Ultra stabil. Echt? Nicht? Ich weiß nicht, ich vertisch doch. Ach so, weiß ich auch nicht. Bin. Was? Da fehlt ein Bin. Weiß bin ich auch nicht. Ach so, aber das wollte ich gar nicht sagen. Nicht? Ne. Wo ist eigentlich Linus hin? Keine Ahnung. Ich glaub, der ist im Bus steckengeblieben oder so. Meinst du, der hat's nicht geschafft, sich da richtig rauszudrehen? Ja, genau. So ist das locker. Locker so? Locker so. Lock. Er. So. Wen soll ich denn locken? Linus. Den kann ich aber nicht locken. Warum nicht? Wenn der im Bus feststeckt, dann würde ich das locken auch nix. Ja, da würde ich zustimmen. Wenn der locken hätte, würde es in diesem Fall nicht so viel bringen. Ja, das glaub ich auch. Bist du nicht Chris? Doch, dann ist ja gut. Nein, Gott. Nein, ich meine gut. Ach so, okay, sorry. Ich reagier mit dir. Danke. Bitte. Mitte. Klippe. Schitte. Nee, da hör ich jetzt auf. Tschüss. Oh, fuck der Scheiße.